Und jetzt sind wir auch wieder bei einer Runde League of Legends Dominion. Ähm, okay. Das ist jetzt dieser neue Platz für die Wards. Ähm, 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 ähm. Einstellungen hat er gespeichert. Die Oberfläche hat er ein bisschen größer gemacht. Ja, das machen wir mal. So. So. Na. Na, komm, können wir doch so lassen. Ähm. Ach du Scheiße. Oh Gott, ich weiß, die haben ja extra... Oh Gott. Die haben jetzt nämlich alle Bilder geändert. Und Items auch ein bisschen geändert. Okay, alle sind da. Läuft. Äh, kann man hier Wards, diese extra Wards kaufen? Oh Gott, einer mal. Ach du Scheiße. Scheiße. Haben die hier irgendwas geändert? Scheint nett, so ne? So was ist doch scheiße. Oh, so was ist scheiße. Ja, pfff. Müssen wir daffen. Bringt nix. Der Gegner hat das Vorloch eingenommen. Der Gegner hat das Vorloch eingenommen. Oh Gott, was... Dein Team hat die Rasse in der See eingenommen. Bringt nix. Wir müssen jetzt Deffen. Ja. Läuft bei denen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Läuft auf jeden Fall bei denen. Ähm. Ähm. Und dann. Leute Gegenein nehmen. Nicht nur dumm in der Gegend. Oh Gott. Ich find... Ich find... Die Leute raffen manchmal etwas zwischen Dominion und Normal ist. Ja gut. Ash gegen Jax. Das kann man ja verzeihen. Ja, hat er. Ähm, ähm, ähm. Das hatte ich. Oh Gott. Dein Team hat das Vorloch eingenommen. Oh fuck. Ähm. Dein Team hat das Vorloch eingenommen. aber ich habe das die haupt weg mit dem jetzt haben wir ja auch meisterschaften geändert muss ich gerade eben erstmal ganz neue meisterschaften machen aber die scheinen bisher zu funktionieren jetzt gibt es ja auch gar keine meisterschaften mehr die irgendwie die abkriegszeiten von beschwerer zaubern verringern hat sich halt viel verändert aber gut so lange das spielprinzip hier oben brauchen sie ziemlich fetten support komm mir entgegen ja alleine kann ich echt einen fehl machen das schafft er nicht das schafft er nicht weg lol nein ja das war klar das war so das war so 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 Ja, die Combo ist mies. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Ja, das schafft sie nicht. Gibt's. Gibt's. Jetzt hat schnell nach oben. Oh. Gott, diese Ulti. Ist sie free to play? Ah, best calculating. Und der kommt, der kommt, der Rammus kommt. Oh, der kommt da unten hin. Das ist ja mal scheiße. Das schaffe ich. Na gut, den kriegen, das schaffe ich auch. Nein, was nehme ich denn ein? Verarsche. Ja, egal. Scheiß auf den. Mit dem Dominion ist es wichtig, halt nicht auf die Kills zu achten. Dann lieber soll man was einnehmen, anstatt einen Kill zu kriegen. Okay, gibt's zwar Gold, aber darin kommt's nicht an. Fuck, 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 fuck. Unser Team ist nicht ganz... Dein Team hat die Windmühle eingenommen. Ich bin schon straight out the way. Jawoll. Loll. Loll, wieso? Nein! Hätte ich mich ein bisschen anders flashen müssen, aber gut. Fuck. Das war jetzt halt ein bisschen. So. Jawoll, das haben sie. Und die... ... So, da krieg ich schon jetzt noch ein paar Punkte. Ich bin zwar letzt da, aber... Ja. Gut, gut. Na lass, 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 lass. Lol, was machen die denn da unten? Ja. Das kann nicht sein. Ich kann da nicht überleben. Irm. Jemand muss mal dringend spot deffen. Das sollten sie oben... Ach du Scheiße, Alter. Jetzt? Na, das braucht zu lang. Das braucht viel zu lang. Ach, fuck. Komm her. Ich kann mal seine Fresse holen. So. weiter. Na, ich bin zu langsam. Ach. nicht. Der Gegner wurde getätet. Komm Fuck Nein, da hol die Mann, die Ash, die trifft aber auch gar nix, alter Und einnehmen Ja, sobald Kammer keine Skills mehr hat, ist er am Arsch Und, 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 und Auto-Hit und weg Jetzt wird's aber neutralisiert So, ich helf denen mal schnell hier noch das Ja, gut, schaffen wir auch so Rammus nimmt ein Achso, bringt den nix mehr Hm Jetzt versuchen so noch zu pushen Okay, ich bin auf dem Weg Ich bin mal wieder viel zu langsam Ja, Schnelligkeit zum Dominion auch ziemlich lustig Das schau ich nicht Okay Da durch Da durch Ja, kommt Ey, du musst viel zu wenig schaden Ach, komm Weg Jawohl, GG Ja, Mundo ist immer noch okay Haben's, ehrlich gesagt, im Patch haben wir auch nix mit dem gemacht Naja, gut Sehen wir uns in der nächsten Folge von League of Legends Bis dahin, tschüss »24 »26« »25« »25« »25« »25« »25« »25««